Mein Name ist Joachim Röther. Ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik hier in Altona und begrüße Sie aus dem Studio in Altona. Kurz vielleicht ein paar Worte zu unserer Klinik. Wir sind ein Maximalversorger und haben einen großen Schwerpunkt bei allen Dingen, die etwas mit der Neurologie zu tun haben. Sprich, wir haben eine große neurologische Abteilung, der ich vorstehe. Wir haben eine große neurochirurgische Abteilung, Neuroradiologie und sind insgesamt ein Zentrum, was ein großes Netzwerk von weiteren Kliniken bedient und mit ihnen zusammenarbeitet. Das heißt, wir bekommen sehr viele akute, schwere Schlaganfallpatienten zugeschickt für eine spezialisierte Therapie, über die wir auch gleich noch ein bisschen reden werden. und behandeln nicht nur Schlaganfallpatienten, sondern auch Patienten mit Hirnblutungen, vor allen Dingen auch Patienten mit Subachnoidalblutungen, das heißt also mit Blutungen aus einem Hirnaneurysma. Und ich möchte Ihnen heute so etwa eine gute halbe Stunde lang etwas über den Schlaganfall erzählen und vor allen Dingen natürlich auch, wie man den Schlaganfall vermeiden kann. Ich möchte auch kurz darüber reden, wie sich vielleicht Schlaganfalltherapie und Behandlung in Corona-Zeiten geändert hat und was man beachten muss. Und ja, würde, denke ich, jetzt loslegen. Und Sie können natürlich, vielleicht das ist noch ein wichtiger Punkt, auch am Ende dann nochmal Fragen stellen. Wir können also in einen kleinen Chat eintreten und vielleicht machen Sie sich einfach ein paar Notizen, zu welchen Folien oder zu welchem Teil des Vortrags Sie Fragen haben. Und dann können wir das am Ende dann natürlich gerne noch beantworten. Dann würde ich sagen, geht es los. Das ist mein Thema. Den Schlaganfall vermeiden, wenn einen der Schlag trifft. Und am Ende dann eben sieben Regeln, wichtige Informationen, Regeln, wie man den Schlaganfall vermeiden kann. Ein paar allgemeine Dinge zunächst mal zum Schlaganfall. Der Schlaganfall ist eine häufige Erkrankung. Über 260.000 Bundesbürger erleiden pro Jahr einen Schlaganfall. Das sind immerhin 10.000 Hamburger pro Jahr. Also wirklich eine häufige Erkrankung. 1.500 von diesen 10.000 Schlaganfallpatienten werden hier bei uns in Altona behandelt. Und der Schlaganfall ist eine gefährliche Erkrankung, ist eine Erkrankung, die die dritthäufigste Todesursache darstellt. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass der Schlaganfall natürlich auch als Gefäßerkrankung ältere Menschen betrifft. Aber nicht nur. Es gibt auch so 15 Prozent etwa der Schlaganfälle treten bei unter 50, für unter 50-Jährigen auf. Also es ist nicht nur eine Erkrankung des Alters. Auch junge Menschen können einen Schlaganfall erleiden. Es ist eine schwere Erkrankung, sagte ich schon. 30 Prozent der Patienten sterben innerhalb des ersten Jahres nach dem Schlaganfall. Und 70 Prozent derjenigen, die überleben, bleiben langfristig behindert. Aber... ...diese Schlaganfallpatienten möglichst klein zu halten. Und es gibt eine ganze Reihe von modernen, neuen Therapien, über die wir eben im Verlauf auch reden möchten. Was ist überhaupt ein Schlaganfall? Naja, wie der Name Schlaganfall schon sagt, Das ist eine schlagartig auftretende Verschlechterung neurologischer Funktionen. Ein schlagartig unvermittelt einsetzender Ausfall von bestimmten Gehirnfunktionen. Es gibt ganz viele verschiedene Begriffe. Apoplex und Hirninsult. Das ist letztendlich alles das Gleiche. Und ein wichtiger Begriff, den man in dem Zusammenhang dann auch nochmal erklären muss, ist die sogenannte TIA. TIA steht für transitorisch-ischemische Attacke. Also die transitorisch-kurz-anhaltende Ischemie ist die Blutarmut. Also eine kurz anhaltende Attacke mit einer Blutarmut. Und so eine kurz anhaltende Attacke, die soll man genauso ernst nehmen wie einen richtig schweren Schlaganfall mit dauerhaften Symptomen, weil etwa 30, 40 Prozent der Schlaganfälle von solch einer TIA angekündigt werden. Also solch eine TIA, eine transitorisch-ischemische Attacke geht ganz häufig dem Schlaganfall voraus. Und deswegen kann so eine TIA eben auch die Chance bieten, dass man die Schlaganfallursache erkennt und dann entsprechend vorbeugt und einem schweren Schlaganfall eben damit auch vorbeugen und ihn verhindern kann. Der Schlaganfall ist letztendlich ein Überbegriff. Und 80 Prozent der Schlaganfälle, die werden ausgelöst dadurch, dass ein Gefäß verschlossen ist. Das heißt, ein Gefäß im Gehirn verschließt sich aus verschiedenen Ursachen, auf die wir noch darauf zurückkommen werden. Und wenn ein Gefäß verschlossen ist im Gehirn, dann bedeutet das, dass wichtige Nährstoffe, Glucose, aber auch insbesondere eine Durchblutungsstörung geben. Und wenn es nicht rasch dazu kommt, dass dieses Gefäß wieder eröffnet wird, dann wird Gewebe untergehen und es wird ein Hirninfarkt auftreten. Etwa 20 Prozent aus diesem Überbegriff der Schlaganfälle heraus, das sind Hirnblutungen. Und bei diesen Hirnblutungen kommt es eben zu einer Ruptur, einem Einriss der Arterienwand. Das sehen Sie hier auf diesem Bild. Und das Blut tritt eben dann aus der Arterie in das Hirngewebe aus und schädigt dann dort ebenfalls das Gewebe. Und man kann sich vorstellen, dass ob es zu einem schweren Schlaganfall oder zu einem weniger schweren Schlaganfall kommt, hängt natürlich ganz maßgeblich davon ab, wie groß das Gefäß ist, was verschlossen ist. Je größer das Gefäß, was verschlossen ist, desto weniger Blut kommt in das Gehirn, desto mehr Hirngewebe wird nicht mehr von Blut versorgt. Und desto größer ist dann auch der Schlaganfall. Und genauso ähnlich dann auch bei der Hirnblutung. Je größer das Gefäß ist, das zerreißt, je mehr Blut in das Hirngewebe austritt, desto mehr Hirngewebe wird geschädigt und desto schwerer sind dann auch die Schlaganfallsymptome. Und bei dem Thema Schlaganfallsymptome ist es natürlich ganz wichtig, dass wir nochmal besprechen, welche Symptome denn eigentlich typisch sind für einen Schlaganfall. Und ein wichtiges Symptom, ein häufiges Leitsymptom des Schlaganfalls sind Schwierigkeiten beim Sprechen oder auch Probleme, Sprache zu verstehen, Worte zu finden, ganze Sätze zu formulieren. Das kann dem Neurologen schon Hinweise darauf geben, in welchem Teil des Gehirns solch eine Funktionsstörung oder eine Durchblutungsschwörung sein kann. Sie wissen vielleicht, dass bei den allermeisten Menschen, den Rechtszentern insbesondere, die Sprachzonen im Bereich der linken Hirnhälfte sind. Und da gibt es vorne im vorderen Bereich und dann auch im hinteren Bereich gibt es zwei Sprachzentren. Und wenn in diesem Bereich eine Durchblutungsstörung auftritt oder auch Lähmungserscheinungen auftreten, dann führt es eben typischerweise zu solchen Problemen beim Sprechen oder aber auch beim Sprachverständnis. Eine weitere häufige Schlaganfallursache ist eine plötzlich auftretende Sehstörung. Und wichtig immer, je schlagartiger solch ein Funktionsausfall eintritt, desto eher muss man an einen Schlaganfall denken. Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine langsam voranschreitende Sehstörung haben, dann wird man eher mal zum Augenarzt gehen und wird den konsultieren und fragen, was denn wohl dahinter stecken könnte. Aber wenn Sie natürlich von jetzt auf gleich auf einem Auge nichts mehr sehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das etwas damit zu tun hat, dass nicht mehr genug Blut ins Auge kommt. Und häufig berichten die Patienten von einem sogenannten Kulissenphänomen oder Jalousienphänomen. Das heißt, sie berichten das, wie wenn so eine Jalousie langsam runtergeht und man dann durch eine Milchglas-Scheibe schaut. Das ist so ein ganz typischer Befund. Den Patienten dann verspüren, wenn das Auge nicht mehr richtig von Blut versorgt wird und das Auge ist ein vorgeschalteter Teil des Gehirns und wird von der Halsschlagader versorgt. Und man muss in solch einem Falle immer genau schauen, ob nicht gegebenenfalls eine schwergradige Verengung der Halsschlagader der Arterie carotis vorliegt und muss sicher gehen, dass dort nicht eine Engstelle ist, die im Weiteren dann behandelt werden muss. Das ist die eine Sehstörung, die das Schauen durch ein Auge betrifft. Und es gibt dann noch eine andere Sehstörung, wenn das Sehzentrum hier im Hinterkopf gelegen, wenn dieses Sehzentrum betroffen ist, dann führt es nicht zu einer Sehstörung auf einem Auge, sondern dann ist ein Gesichtsfeld ausgefallen. Das heißt, wenn man gerade ausschaut, kann man zum Beispiel, wenn die rechte Seherinde, die also diese Informationen verarbeitet, wenn die nicht mehr genug Blut erhält, dann würde man zur gegenüberliegenden Seite, zur linken Seite nicht mehr alles sehen. Häufig ist es so, dass die Patienten mit der Schulter anrempeln, wenn sie durch eine Tür hindurch treten, weil sie das nicht richtig einschätzen und den Türrahmen nicht sehen können. Das ist also eine Sehstörung, die gar nichts mit dem Auge direkt zu tun hat, sondern die dann auftritt, wenn die Seherinde in dem Hinterhauptslappen, im hinteren Teil des Gehirns, eine Durchblutungsstörung aufweist. Weitere Leitsymptome beim Schlaganfall sind plötzlich auftretende Gehichtstörungen, also wenn man aufgrund einer Lähmungserscheinung oder aufgrund einer gestörten Koordination zu einer Seite fällt, wenn man sehr starken, heftigen Drehschwindel hat. Das wären solche Symptome, bei denen man auch an einen Schlaganfall denken muss. Und ich hatte es eben genannt, ein ganz häufiges Symptom ist eben auch, dass man eine halbseitige Lähmung hat. Das heißt, dass einem zum Beispiel die Kaffeetasse aus der Hand fällt oder dass man mit einer Hand nicht mehr richtig zugreifen kann oder dass der Arm vielleicht sogar einfach schlaff herunterhängt und das Bein ebenso, dass man vielleicht hinstürzt, weil eben ein Bein seinen Dienst nicht mehr tut. Das ist auch ein ganz wichtiges Schlaganfall-Symptom. Die Symptome können auch alle zusammen auftreten. Und wenn solche Symptome auftreten, dann müssen Sie die 112 wählen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann sollte man keine Zeit verlieren, sondern dann ist es ganz wichtig, dass man schaut, was für eine Ursache dem Ganzen zugrunde liegt. Und eine mögliche Ursache ist eben, dass es zu einer Gefäßverkalkung gekommen ist und an einem Gefäß, überwiegend der vorderen Halsschlagader, es gibt aber auch hinten noch zwei Hinterhauptsarterien. Auch dort können Gefäßverkalkungen und Verengungen auftreten. Und das sehen Sie hier sehr schön auf diesem Dia, wie sich solche Plugs langsam bilden. Typische Risikofaktoren für solche Plugs sind hoher Blutdruck, ist der wichtigste Risikofaktor für einen Schlaganfall. Erhöhte Blutfette, wenn man diabeteskrank ist, also einen zu hohen Blutzucker aufweist. Wenn man raucht, das ist ein wichtiger Risikofaktor, der dazu führt, dass solche Kalkablagerungen sich bilden. Und wenn man sich zu wenig bewegt und wenn man Übergewicht hat. Da kommen wir gleich nochmal etwas mehr im Detail drauf zu sprechen. Aber das sind typische Ursachen für die Entwicklung von solchen Plugs. Und Sie sehen hier, dass eine Plagg, die kann aufreißen. Da kann sich also eine solche Nische bilden. Und dann kann es sein, dass in diese Plaggnische, da würden sich dann Blutplättchen anlagern. Und diese Blutplättchen, die führen dann dazu, dass ein Blutgerinnsel entsteht. Und von diesem Blutgerinnsel können sich Teile ablösen. Und die werden dann von der Halsschlagader oder auch von der Hinterhauptsarterie in das Gehirn gespült, bleiben dort in einem kleineren Gefäß stecken und führen eben dort dann zu einem plötzlichen Schlaganfall. Das ist eine ganz häufige Schlaganfallursache. Und es kann auf der einen Seite dazu kommen, dass ein Teil eines solches Gerinnsels fragmentiert abgerissen wird und als Embolus eben in das Gehirn gespült wird. Oder aber es kann auch sein, dass dann ein Gefäßverschluss entsteht und zum Beispiel die Halsschlagader ganz verschlossen ist. Das kann sehr gefährlich sein, insbesondere dann, wenn das Blut im Gehirn nicht in die entsprechende Hirnhälfte dann geleitet wird. Glücklicherweise ist es so, dass die allermeisten Menschen einen Verteilerkranz im Gehirn haben. Das ist also eine Verbindung zwischen den verschiedenen Gehirngefäßen, die dazu führen kann, dass trotz eines verschlossenen Gefäßes am Hals das Blut noch ganz gut in die Hirnhälfte hineinkommt. Aber das sind Dinge, die muss man dann eben entsprechend untersuchen und muss dann schauen, was so ein Gefäßverschluss für eine Auswirkung hat. Und Sie sehen hier mal so typische Untersuchungsmethoden, die wir haben. Sie sehen links eine Ultraschalluntersuchung und Sie sehen die rote Farbe. Das ist das normal durch das Gefäß hindurchströmende Blut. Und das müsste eigentlich so ein dicker Wurm sein, der sich dort hindurch bewegt. Und Sie sehen, dass aber dieser Blutfluss, dass der in der Mitte unterbunden ist. Und da ist eben eine hochgradige Einengung, eine sogenannte Stenose. Und die kann, wie Sie es eben auf der schematischen Abbildung gesehen haben, eben entweder ursächlich sein für Trompen, für Emboli, für Blutgerinnsel, die von dort aus weggespült werden, oder kann insgesamt dazu führen, dass der Blutstrom getrosselt wird. Man würde so eine Ultraschalluntersuchung dann noch einmal bestätigen. Man würde noch mal solch eine MR-Angiografie machen, also eine kernspintomographische Untersuchung, ein MRT durchführen. Und man kann heutzutage mit einer solchen MRT-Untersuchung die Gefäße sehr gut darstellen. Und Sie sehen auch hier wieder am rechten Rand dieser Gefäße, dass dort die sich weiß darstellen, Gefäße, dass die dort unterbrochen sind. Und das entspricht eben diesem Ultraschallbefund. Und das wäre dann eine Situation, wo man dem Patienten insbesondere dann, wenn diese Verengung Symptome gemacht hat, zum Beispiel eine TIA, kurz anhaltende Sprache oder Sprechstörung oder auch eine kurz anhaltende Lähmung, dann würde man dem Patienten auf jeden Fall dazu raten, dass man solch eine Verengung behandelt, weil man davon ausgehen muss, dass wenn solch eine Verengung einmalig Symptome gemacht hat, das Risiko eines schweren Schlaganfalls sehr groß ist. Das würde man also auf jeden Fall raten. Und ganz rechts sehen Sie noch mal eine CT-Angiografie. Also man kann die Gefäße nicht nur mit Kernspintomographie darstellen, sondern auch mit einem Computertomographen. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was gerade am besten geeignet ist. Aber all diese drei Methoden sind sehr gut geeignet, so eine Verengung darzustellen. Und Sie sehen jetzt hier auf der linken Seite, wo der rote Pfeil ist, sehen Sie, dass das Gefäß hochgradig eingeengt ist. Das ist eine über 90-prozentige Stenose, Einengung des Gefäßes. Und das sollte auf jeden Fall behandelt werden, hier in diesem Fall mit einer sogenannten Ballondilatation und einem Stenting. Sie kennen das vermutlich alle von Herzkranzgefäßen, die gestentet werden. Da wird ein Katheter eingeführt, wie Sie das hier auf dem mittleren Bild auch sehen. Und dieser Katheter, der ist in der Lage, einen Stent abzusetzen. Der wird hier platziert. Und auf dem rechten Bild sehen Sie dann, dass diese Verengung aufgeweitet wurde. Es bleibt so eine ganz kleine Taille noch zurück. Und Sie sehen, wenn Sie genau hinschauen, dass man dort auf dem Bild wie so ein kleines Karomuster sieht. Das sind die Stendstreben, die das Gefäß aufhalten. Und das ist eine therapeutische Möglichkeit, die wir hier in Altona bei vielen Patienten sehr erfolgreich und mit sehr niedrigem Risiko durchführen. Und die Alternative dazu, die hier in Altona auch von den Kollegen der Gefäßchirurgie durchgeführt wird und die genauso gut und genauso erfolgreich ist, ist die herkömmliche Operation. Und Sie sehen, da geht es ein bisschen blutiger her. Da wird eben ein Schnitt durchgeführt über dieser verengten Arterie. Und dann wird dieser Kalkpropf und das Blutgrensel, das wird eben herauspräpariert. Oftmals wird das Gefäß noch ein bisschen durch Fremdmaterial erweitert. Das ist eine Patchplastik. Also man näht noch mal wie so einen kleinen Flicken auf das Gefäß oben drauf, damit das schön weit bleibt. Und das sind die beiden Möglichkeiten, die man in solch einem Falle eben hat. Eine andere häufige, sehr häufige Schlaganfallursache, insbesondere bei älteren Menschen, ist das Vorhofflimmern. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele von Ihnen schon mal von Vorhofflimmern gehört haben. Unter Vorhofflimmern versteht man, dass der linke Vorhof nicht synchron mit den anderen Herzkammern so etwa 60 bis 80 Mal pro Minute schlägt, sondern dass dieser linke Vorhof verrückt spielt und dass der 300 Mal in der Minute schlägt. Und man kann sich vorstellen, wenn das da 300 Mal in der Minute schlägt und nicht immer schön kräftig, 60 bis 80 Mal in der Minute, dann ist das nicht so, dass das Blut effektiv aus dem linken Vorhof in die linke Herzkammer und dann in den Körper gepumpt wird, sondern das Blut düppelt da so vor sich herum, das fließt sehr, sehr langsam. Und wenn Blut sehr langsam fließt, können Sie sich vorstellen, dann kommt es dazu, dass sich Blutklumpen, also Blutgerinnsel bilden. Und dann haben wir wieder die Situation, dass diese Blutgerinnsel aus dem Herzen dann in den Kreislauf gespült und eben ganz häufig in das Gehirn gespült werden und dort zu einem Schlaganfall führen. Und eine sehr einfache Methode, wie man das feststellen kann, ob man Vorflimmern hat, man muss das ein bisschen trainieren, aber vielleicht können Sie das alle mal mitmachen, dass Sie mal die Finger Ihrer rechten Hand auf Ihr linkes Handgelenk, und zwar dort, wo der Daumen ist, dass Sie das mal dorthin halten und sich mal den Puls fühlen. Und wenn Sie sich mal konzentrieren und ein bisschen Zeit lassen und nach der richtigen Stelle suchen, dann werden Sie dort sehr schön und kräftig Ihren Puls fühlen können. Und das ist eine Methode, die wir durchaus den Patienten anraten, dass sie selbst den Puls fühlen. Und wenn der Puls unregelmäßig ist, dann muss das noch nicht unbedingt etwas Schlimmes bedeuten. Das können auch einfach normale Extraschläge sein, die harmlos sind. Es kann aber auch sein, dass sich dort ein sogenanntes Vorflimmern dahinter verbirgt. Und dann sollte man auf jeden Fall zum Hausarzt gehen und sollte mal ein EKG, besser sogar ein Langzeit-EKG, also über 24 Stunden durchführen lassen, um zu schauen, um welche Form der Herzrhythmusstörung es sich handelt und um zu klären, ob es sich um Vorflimmern handeln könnte. Und wichtig zu erwähnen ist in dem Zusammenhang auch, dass eben nicht jeder Patient diesen unregelmäßigen Herzschlag, Pulsschlag verspürt. Und 50 Prozent der Patienten, die marken, wenn das Herz unregelmäßig schlägt, die fühlen sich unwohl, die sind nicht richtig leistungsfähig, die werden kurzatmig, die haben Probleme, die Treppen hochzugehen und ein, zwei Stockwerke am Stück zu bewältigen, was sie normalerweise können. Das ist eben die Folge des unregelmäßig schlagenden und nicht mehr so effektiv belastbaren Herzens. Und 50 Prozent der Patienten marken es aber eben nicht. Und für die wäre es eben wichtig, dass sie sich den Puls fühlen. Und sie sind ja alle digital offensichtlich gut unterwegs. Der eine oder andere von Ihnen, der wird vielleicht auch eine Smartwatch haben. Und viele von diesen Smartwatches, die sind in der Lage, auch den Puls aufzunehmen. Und das ist wahrscheinlich die Technik der Zukunft, dass viele älteren Menschen in Zukunft, die so einen Vorflimmern haben oder Vorflimmerverdacht haben, dass die mithilfe ihrer Smartwatch ein EKG aufzeichnen können. Das können sie sogar dann gleich an den Hausarzt schicken. Also ganz tolle neue Möglichkeiten, um solch ein Vorhofflimmern frühzeitig zu detektieren. Und Sie sehen hier mal auf der linken Seite, wie sich dort im Herzohr, und das Herzohr ist ein Anhängsel des linken Vorhofs, also der sich eben so ganz rasch kontrahiert. Und da gibt es nochmal dieses Herzohr, was Sie dort sehen. LAA ist das Herzohr. Und Sie können sich vorstellen, dass dort in diesem Anhängsel des linken Vorhofes das Blut nochmal sehr viel langsamer fließt. Und Sie sehen dort, wo die gelben Pfeile sind. Da hat sich eben in dem Vorhof ein Gerinnsel gebildet. Und Sie können sich vorstellen, wenn dieses Gerinnsel, was zum Teil sogar mehrere Zentimeter lang werden kann, wenn sich so ein Gerinnsel dort löst und dann in die Hirnarterien gespült wird und in das Gehirn vordringt und dort ein großes Gefäß verstofft. Da können Sie sich vorstellen, dass das einen ganz schweren, akuten Schlaganfall macht. Und das sind natürlich Dinge, die man gerne vermeiden möchte. Und Sie sehen hier mal so verschiedene Schlaganfalltypen. Das sind Kernspintomographische Untersuchungen. Und Sie sehen auf der linken Seite, da ist ein großer weißer Fleck in der linken Hirnhälfte. Und das ist die Folge eines akuten Schlaganfalls, vom Herzen ausgehenden Schlaganfalls, als Cardioemboligen, Cardio vom Herzen ausgehender Schlaganfall. Und das ist der größte Schlaganfalltypus. Und dann in der Mitte, so sehen Schlaganfälle typischerweise aus, wenn zum Beispiel die Halsschlagader verschlossen ist und wenn über die Gegenseite nicht genug Blut in das Gehirn hineinkommt. Und dann macht das mehr so einen streifenförmigen Schlaganfall. Und wenn man Diabetes hat, wenn man einen schlecht eingestellten Bluthochdruck hat und wenn man noch dazu vielleicht raucht, dann ist es so, dass eher die kleinen Gefäße kaputt gehen und sich verschließen. Und dann entstehen eben solche kleinen Schlaganfälle, wie Sie das da sehen, man nennt es lakonär oder mikroangiopathischer Schlaganfall. Und solche kleinen Schlaganfälle machen oftmals auch eine nicht so schwere Symptomatik. Das sind die Symptome nicht so stark ausgeprägt. Aber man kann sich vielleicht vorstellen, wenn über die Jahre hinweg viele von solchen kleinen Durchblutungsstörungen auftreten, dann ist das natürlich auch etwas, was in Summe nicht nur zu Schlaganfällen führen kann, sondern was in Summe insgesamt die Leistungsfähigkeit des Gehirns beeinträchtigt. Und wenn Sie mal bedenken, dass das Gehirn letztlich ein großer, hochleistungsfähiger Computer ist und Sie stellen sich vor, in Ihrem Computer bilden sich kleine Kaltlötstellen, wo die Informationsweiterleitung einfach nicht so gut funktioniert. Und dann kann man sich sehr gut vorstellen, dass so ein Computer immer langsamer läuft. Und das ist letztendlich nichts anderes als eine Demenz, eine durch viele kleine Schlaganfälle bedingte Demenz, eine vaskuläre Demenz. Und das ist etwas, was je älter wir Menschen werden, eben immer häufiger auftritt und dem man aber sehr gut vorbeugen kann, wenn man die bereits genannten Risikofaktoren eben erst gar nicht aufkommen lässt, sprich erst gar nicht anfängt zu rauchen oder frühzeitig aufhört. Oder wenn man Risikofaktoren wie den Bluthochdruck zum Beispiel optimal behandeln lässt. Ja, und wir hatten eben schon gesagt, so ein Schlaganfall, das ist eine Erkrankung, die gefährlich ist. Und wenn solche typischen Schlaganfall-Symptome auftreten, dann sollte man gar nicht viel Zeit verliehen und sollte nicht zum Hausarzt gehen, sondern man sollte sofort die 112 wählen. Und viele Patienten, die haben Angst, die sagen, ach, das ist ja alles nicht so schlimm. Und wenn ich die 112 rufe und die bringen mich dann gleich ins Krankenhaus und womöglich kommen noch irgendwelche Kosten auf mich zu, das ist alles nicht richtig. Auch wer eine TIA-Symptomatik hat, also wem ein Becher aus der Hand fiel und wem der Mundwinkel hängt, auch wenn diese Symptome sich in den nächsten Minuten wieder zurückbilden, am allerbesten ist es, wenn man die 112 ruft und sich vom Rettungswagen in die Klinik bringen lässt, weil dann von vornherein geklärt ist, dass es sich um einen Schlaganfall-Verdacht handelt. Und das ist etwas, was bundesweit in allen Kliniken sehr gut funktioniert. Wenn solch ein Rettungswagen mit einem Schlaganfall-Patienten in die nächstgelegene Stroke-Unit, also die Schlaganfall-Spezialstation, fährt, dann ist es im Regelfall so, dass dieser Patient im Vorfeld telefonisch schon angekündigt wird und dass der Patient in der Notaufnahme dann gleich in Empfang genommen wird. Er kommt rasch auf den CT-Tisch, man führt also eine Computertomographie durch, um das Gehirn und die Gefäße darzustellen. Man klärt dann, ist es eine Hirnblutung oder ist es eine Durchblutungsstörung. Oftmals wird eine CT-Angiografie durchgeführt, also dass man die Gefäße darstellt und man kann heutzutage mit einer CT-Parfusion, da zeige ich Ihnen gleich noch ein Beispiel, auch die Hirn-Durchblutung darstellen. Also wir haben viele technische Möglichkeiten und wir sagen, wir Neurologen sagen, time is praying, also Zeit ist Gehirn. Das heißt, je länger, je mehr Zeit verstreicht, desto schlechter ist es für das Gehirn, desto mehr Hirngewebe geht zugrunde. Je früher der Patient kommt, desto eher kann man etwas unternehmen. Ja, und ich hatte eben gesagt, ich werde kurz auch ein bisschen was zu Schlaganfall in Corona-Zeiten sagen. Wir haben hier in Hamburg und auch insbesondere bei uns in unserer Klinik, ist es so, dass die akuten schwer betroffenen Schlaganfallpatienten, die kamen, egal wie sehr Corona ein Thema war, wer akut eine schwere Lähmung hat, den meisten Patienten, denen ist schon klar, dass das eine schwerwiegende Ausfallserscheinung ist und die rufen die 112 an und die kommen zu uns. Wir hatten aber neulich auch eine Situation eines 75-jährigen Patienten, der hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet, sehr rüstiger Mann und kam dann rein, wollte Kaffeetrinken kommen zu seiner Frau und im Haus fällt der Ehefrau auf, dass der Mundwinkel hängt und beim Kaffeetrinken ist ihm dann auch die Kaffeetasse aus der Hand gefallen. Und sie hatten aber beide Angst, ins Krankenhaus zu gehen, weil sie dachten, dass im Krankenhaus das Risiko für eine Corona-Infektion stark erhöht wäre. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft von mir heute Abend an Sie, dass Sie diese Angst nicht haben sollten. Erstens ist es glücklicherweise so, dass in den allermeisten Kliniken die Corona-Fälle deutlich abgenommen haben. Zweitens ist es so, dass die Bereiche ganz klar voneinander getrennt werden. Also die Stationen, auf denen Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, behandelt werden, die sind ganz klar getrennt, zum Beispiel von der Schlaganfallstation. und Sie sollten keine Angst haben, wenn Schlaganfall-Symptome auftreten, dann müssen Sie in die Klinik kommen, denn nur hier kann man feststellen, was dahinter steckt und kann Ihnen helfen. Also das ist eine ganz wichtige Botschaft an Sie. Und dann will ich Ihnen hier ein kleines Beispiel zeigen, was in vielerlei Hinsicht besonders ist. Ich hatte eben schon mal in einem Nebensatz erwähnt, dass wir heute moderne Möglichkeiten der Schlaganfall-Therapie haben. Eine Möglichkeit ist, dass wir eine sogenannte Thrombolyse durchführen, dass wir ein Medikament geben, was ein verschlossenes Gefäß wieder eröffnet. Und ich werde Ihnen gleich zeigen, dass eine andere moderne Möglichkeit ist, dass wenn ein großes Hirngefäß verstopft ist, dass man das mit dem Katheter wieder freiputzen kann. Und das hier ist eine 101-jährige selbstständige Dame, die ist jeden Tag noch zum Einkaufen gegangen mit ihrem Hacken-Porsche, war nicht dement, hatte intensiven Kontakt zu ihrem Umfeld und hat sich mit Freundinnen zum Kaffeekränzchen getroffen. Das sind wichtige Informationen für uns. Das war also keine demente, pflegebedürftige Dame aus dem Pflegeheim, die vielleicht bettlägerig war, sondern das war jemand, die trotz ihrer 101 Jahre noch richtig mitten im Leben gestanden hat. Und in solchen Fällen spielt das Alter letztendlich überhaupt gar keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, wie geht es dem Patienten und wie ist die Situation in der Karnswind-Tomografie. Und das, was man hier sieht, ist auf diesen bunten, grün-blauen Bildern rechts unten sehen Sie ein großes Areal, was mittelblau-dugelblau ist. Und das ist das Areal, in das kein Blut mehr hineinkommt, weil die mittlere Hirnarterie verstopft ist. Und das ist eine gefährliche Situation. Wenn man das nicht beheben kann, dann wird es dazu führen, dass dieses Areal abstirbt, dass also ein großer Schlaganfall eintritt. Und das ist bei so einer alten Dame mit großer Wahrscheinlichkeit das Lebensende. Die wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine Lungenentzündung bekommen und das nicht überleben. Und Sie sehen das hier nochmal auf der linken Seite, diese feuerroten Flammen, das sind die Hirngefäße. Und das sollte eigentlich schön symmetrisch sein. Und Sie sehen das da zur rechten Seite hin. Da sehen Sie nochmal solche dicken, kräftigen Ausschläufer. Das sind also die Hirngefäße in der linken Hirnhälfte. Und auf der gegenüberliegenden Seite sehen Sie, dass das da so einfach stummelartig abbricht und dass da eine große Leere besteht. Das sind also die verstopften Arterien, die man da gar nicht sieht. Und bei dieser Patientin wurde eine Thrombolyse durchgeführt. Das heißt, die Patientin erhielt ein Medikament, was dieses Blutgerinnsel auflösen soll und auch aufgelöst hat. Und das ist sie am nächsten Tag. Sie hatten ganz leichte Lähmung im Mundbereich gehabt und die linke Hand war noch nicht ganz wieder so kräftig. Und wir hatten ihr gesagt, naja, wir würden ja vorschlagen, dass sie doch nochmal vielleicht in eine geriatrische Rehabilitationsabteilung gehen sollte, damit sie wieder richtig fit gemacht wird. Und sie sagte nach vier Tagen, ach, es ginge ihr so gut, da gäbe es bestimmt viele andere Patienten, die das viel dringlicher bräuchten. Und sie ist dann am fünften Tag nach Hause gegangen. Und ihr Sohn hat mich viele Jahre später, fünf Jahre später nochmal angerufen und hat sich bedankt, weil diese erfolgreiche Therapie ihr nochmal fünf schöne Lebensjahre beschert hat. Und sie ist dann im Alter von 106 Jahren verstorben. Also eine tolle Geschichte. Das geht natürlich nicht immer so gut, das muss man auch ganz klar sagen. Und es sind bei weitem nicht alle Patienten auch geeignet für diese Therapie. Viele haben vielleicht auch schon mal erlebt, dass es in einem Krankenhaus eben nicht so schnell gegangen ist und dass das nicht die Uhr zählte und die Minuten tickten. Und das gibt es auch. Und das hängt immer davon ab, wie lange die Symptome schon bestanden, wie schwer die Symptome waren und ob eben so ein Gefäß verstopft ist. Und es gibt eben auch Patienten, wo man leider zum Beispiel nicht mehr viel machen kann, wenn sie zu spät kommen und der Schlaganfall schon zu sehen ist, wenn der sich schon abzeichnet. Und dann ist leider keine Gelegenheit mehr, noch Gehirn zu retten. Und kommen noch mal auf die Risikofaktoren zu sprechen. Und wir sprechen von dem tödlichen Quartett oder dem metabolischen Syndrom. Das ist immer dann, wenn erhöhte Blutfettwerte, Zuckerkrankheit, Diabetes, hoher Blutdruck und Übergewicht, wenn das zusammenkommt, das ist das tödliche Quartett. Und Sie sehen schon, dagegen kann man eigentlich was machen. Für diejenigen, die an Übergewicht leiden, muss man ganz klar sagen, ja, ich habe großes Verständnis dafür. Das ist kein einfaches Problem. Aber es ist ein Problem, was man angehen sollte. Und ich glaube, je mehr man versteht und je mehr man einsieht, dass das gesundheitsschädlich ist, wenn man so ein Übergewicht hat, desto eher ist man auch motiviert, etwas dagegen zu tun. Und es gibt viele Statistiken, die gerade jetzt wieder gezeigt haben, dass 50 Prozent der Frauen und 66 Prozent der Männer in Deutschland übergewichtig sind. Und dass etwa 90 Prozent aller Übergewichtigen mindestens mal einen von diesen dort genannten Risikofaktoren haben. Und ich will vielleicht noch mal ein bisschen was auch über die Blutfette sagen. Viele sind der Meinung, dass das mit den hohen Blutfetten nicht so wichtig wäre und dass das alles übertrieben wird und dass da nur die Pharmaindustrie von profitieren würde. Ich kann Ihnen ganz ... ... ... ... ... ... ... ... Und eine Gefäßerkrankung, die eben ganz häufig bei Schlaganfallpatienten auch auftritt, ist der Herzinfarkt. Und ich war lange Zeit Sprecher einer Arbeitsgruppe, die nannte sich Herz und Hirn. Da haben sich also Kardiologen und Neurologen regelmäßig miteinander getroffen, um gemeinsam zu überlegen, wie man diesem Komplex, wie man diesem Bild der Kombination von Herzinfarkt und Schlaganfall am besten entgegentreten kann. Das sind also ganz häufige kombinierte Erkrankungen. Und das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn man eine von diesen Erkrankungen optimal vorbeugt, dann beugt man auch der andere vor. Das heißt, wenn Sie dem Schlaganfall optimal vorbeugen, indem Sie diese Faktoren dort in den Griff kriegen, dann beugen Sie auch dem Herzinfarkt optimal vor und senken Ihr Herzinfarktrisiko. Und dann kommen wir jetzt hier nochmal zu den sieben Lebensregeln. Wir haben ja zum Teil schon drüber gesprochen. Ich sagte, der Bluthochdruck ist der wichtigste Risikofaktor beim Schlaganfall. Ganz wichtig, dass der Risikofaktor optimal behandelt wird. Das geht leider bei den allermeisten Patienten nicht, ohne dass man Medikamente einnimmt. Aber wer sich regelmäßig bewegt, wer Ausdauersport treibt und wer kein Übergewicht hat, der kann alleine durch den Ausdauersport immerhin den Blutdruck um 10 bis 15, manchmal sogar 20 Millimeter Hg senken. Das heißt, es ist oftmals nicht möglich, dass man ganz um die Einnahme von Medikamenten drumherum kommt. Aber wer sich ausreichend bewegt und Ausdauersport treibt, der kommt oftmals mit sehr weniger Bluthochdruckmedikamenten aus. Über das Rauchen, ich glaube, da muss man gar nicht viel sagen. Sie kennen das alle. Diejenigen, die rauchen, die haben auf ihrer Packung immer diese fürchterlichen Bilder von Lungenkrebs, aber auch einer anderen Gefäßerkrankung, der Schaufensterkrankheit. Und auch das ist eine Erkrankung, die zu der Kombination Herzinfarkt und Schlaganfall dazugehört. Viele Patienten haben eben dann auch eine Schaufensterkrankheit. Das heißt, da kommt eben zu wenig Blut in die Beinmuskeln und wenn dort zu wenig Blut hinkommt, dann versagen die Muskeln, die fangen an zu schmerzen. Und Schaufensterkrankheit heißt ja nichts anderes, als dass man immer so 50 bis 100 Meter weiterkommt bis zum nächsten Laden, bis zum nächsten Geschäft. Und da muss man dann wieder stehen bleiben, weil die warten schmerzen und muss eine Weile warten und schaut sich halt eben dann in der Zeit das Schaufenster an. Und wenn man eine Weile gewartet hat, dann geht der Schmerz vorbei und die Muskulatur erholt sich wieder und dann kann man wieder bis zum nächsten Schaufenster gehen. Aber ja, kein schöner Zustand. Erhöhete Blutfette haben wir darüber gesprochen, über die Zucker. Vielleicht nochmal ganz kurz, wichtiger Punkt zu dem Bluthochdruck. Die Frage kommt immer wieder auf, was ist denn jetzt der richtige Blutdruck und wie hoch sollte er denn sein? Die Empfehlungen dazu, die gehen immer so ein bisschen rauf und runter. Aber man kann Folgendes sagen, der Blutdruck sollte zwischen 120 und 140 Millimeter Hg sein. Der optimale Blutdruck ist so um die 130 Millimeter Hg. Und wir reden von dem oberen Wert. Der untere Wert ist medikamentös schwer zu beeinflussen. Es geht vor allen Dingen um den oberen Wert. Das ist der Zielwert, den Sie erreichen sollten, egal wie alt Sie sind. Wenn der Blutdruck dauerhaft über 140 ist, dann spricht man schon von einem Bluthochdruck und dann sollte man in diesen Fällen den Hausarzt kontaktieren und sollte über eine Blutdrucktherapie in Form von Bluthochdruckmedikamenten reden. In dem Bereich 130 bis 140, das ist so ein grenzwertiger Bluthochdruck, da kann man überlegen, ob man gegebenenfalls durch Gewichtsabnahme und Blutdruck vielleicht eben diese eben genannte Reduktion erreicht und dann auch um die Medikamente vielleicht ganz drum herum kommt. Und bei der Zuckerkrankheit ist es eben auch so, dass süße Blut, zu viel Zucker im Blut führt dazu, dass die Gefäße verkalten. Und hier ist es eben auch ganz wichtig, dass man durch entsprechende Diäte und Medikamente, gegebenenfalls auch eine Insulintherapie, den Blutzucker optimal unter Kontrolle behält. Über das Übergewicht haben wir gesprochen. Körperliche Aktivität, ja, ist glaube ich auch klar. Ein gesunder Lebensstil, mindestens 30 Minuten Sport dreimal die Woche. Das ist, glaube ich, ein gutes Ziel, was viele von Ihnen erreichen können. Und jetzt werden einige von Ihnen vielleicht sagen, naja, ich bin aber in einem Alter, ich habe eine Arthrose, ich habe eine Hüftgelenksarthrose, ich habe eine Kniegelenksarthrose. Also ja, das sind sicherlich alles Dinge, die einen in der Bewegung, in der Beweglichkeit, in der Mobilität einschränken. Aber man muss in diesen Fällen halt überlegen, was ist das, was mir Spaß macht und was ist das, was noch gut geht. Das kann Schwimmen sein, das kann ein Training auf dem Fahrradergometer sein, was die Gelenke und die Knochen insgesamt sehr schont. Also da muss jeder einfach mal überlegen, A, was liegt ihm und B, was kann er gut. Aber 30 Minuten dreimal in der Woche, das ist das Ziel. Und wenn man das regelmäßig durchhält, merkt man auch, wie man insgesamt fitter wird und wie man sehr viel leistungsfähiger ist. Und zur gesunden Ernährung, deine Nahrung soll deine Medizin sein, das sagte Hippokrates. Ich muss Ihnen sagen, ich selbst halte gar nichts von all den vielen Diäten, die in irgendwelchen Lifestyle-Magazinen angepriesen werden. Ich bin A der Meinung, FDH ist das Wichtigste. Ja, man darf nicht mehr essen, als man verbraucht. Übergewicht ist ja eigentlich nichts anderes, als dass man regelhaft mehr isst, als der Körper verbraucht. Und da muss man ran. Und wenn man übergewichtig ist, ist eine wichtige Maßnahme, dass man A, nur zu den drei Mahlzeiten des Tages etwas isst. Nicht zwischendurch, dass man auf süße Säfte verzichtet, dass man Mineralwasser trinkt, dass man nicht so viel Alkohol trinkt. Und ein anderer Punkt, der immer gerne genannt wird, und da glaube ich, dass da viel dran ist, ist das Stichwort mediterrane Kost. Ja, so wie die Italiener sich ernähren mit Olivenöl und viel Salate und viel Obst natürlich und viel Ballaststoffe. Wenn man das einhält, dann braucht man gar keine komplizierten Diäten durchzuführen. Ja, da gehe ich drüber hinweg. Das haben wir eigentlich alles oder ist eigentlich klar. Rauchen ist ein wichtiger Faktor. Und hier nochmal so zwei Impressionen vielleicht zum Stichwort Bewegung. Kann man sich in Deutschland wahrscheinlich nicht vorstellen, dass man mit der Rolltreppe zum Fitnesscenter hochfährt. Aber das sind so Dinge, die ich jetzt hier mit Ihnen in den Vortrag mit aufgenommen habe, um Ihnen nochmal so ein bisschen zu vergegenwärtigen. Dass man natürlich auch im Alltag vieles tun kann, um sein Gefäßrisiko insgesamt zu minimieren. Und dass man eben anstatt den Fahrstuhl zu benutzen, auch mal ein, zwei Stockwerke geht. Auch das ist ein in den Alltag integriertes Training, was sehr viel nutzen kann. Und seinen Hund in der Form auszuführen ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll. Aber das wird auch keiner von Ihnen machen, denke ich. Ja, und vielleicht zum Ende nochmal der Punkt, wie ist es denn mit Genussmitteln? Darf ich denn jetzt mir gar nichts mehr gönnen? Und darf ich gar keine Schokolade essen? Und darf ich gar nicht mal ein Glas Rotwein trinken? Also zu dem Rotwein gibt es sogar ganz gute Studien, die sagen, dass so ein Glas, aber wirklich nur ein Glas Rotwein, insgesamt sogar für das Gefäß ganz positiv sein kann. Dass da also die Tannine ganz positiven Einfluss haben. Ich will aber hier gar nicht dem Alkoholkonsum das Wort reden. Besser ist natürlich, wenn man keinen Alkohol trinkt. Aber derjenige, der gern mal ein Gläschen trinkt, der muss da jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen haben, aber wirklich eine geringe Menge. Und es gibt, was Schokolade anbelangt, sogar Studien, die zeigen, dass dunkle Schokolade, dass die sogar auch das Schlaganfallrisiko und Herzinfarktrisiko etwas senken kann, weil dort Bestandteile drin sind, die das Risiko minimieren. Auch hier ist es immer wieder alles eine Frage der Menge. Wer so viel Schokolade isst, dass er stark übergewichtig ist, ich glaube, das versteht sich von selbst, dass man dann natürlich Verzicht üben muss. Ja, und dann sind wir am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, Sie haben A, viele Informationen mitnehmen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass aber auch viele Fragen noch vorhanden sind. Und auf diese Fragen können wir jetzt gerne eingehen. Ja. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob ich hier im Chat schon Fragen sehe. Also, die Frage ist, welche Auswirkungen hat Alkohol bei überhöhtem Konsum? Ja, jetzt ist immer so ein bisschen die Frage, was ist der überhöhte Konsum? Man kann einfach Folgendes sagen, 0,2 für den Mann, 0,1 Milliliter für die Frau Rotwein, um mal dabei zu bleiben, ist etwas, was nicht zu einer Leberschädigung führt bei den allermeisten Menschen. Erhöhter Konsum ist, Alkohol ist ein Nervengift. Überhöhter Konsum kann zu einer Hirnatrophie, also einem Hirnschwund führen. Wer jeden Tag eine Flasche Rotwein trinkt, das ist definitiv zu viel. Und ich rate meinen Patienten immer, sie sollen es doch so machen, dass sie an ein, zwei Tagen in der Woche nicht mal ein Gläschen Wein gönnen, aber dass es eben auch mal Tage in der Woche geben muss, wo man vielleicht jetzt nicht gesellig beisammen sitzt, wo es bei dem Mineralwasser bleiben darf. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Regel. Wenn man jeden Tag Wein trinkt, egal wie viel, das halte ich für schädlich. Das ist insgesamt nicht gesund. Gut, dann geht es weiter. Kann man mit Blutverdünnern das Schlaganfallrisiko minimieren? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Das kann man auf jeden Fall. Und wir hatten ja vorhin über das Vorhofflimmern gesprochen. Und die Therapie bei Vorhofflimmern ist, dass man das Blut verdünnt. Und das hat man früher überwiegend mit Makomar gemacht. Viele werden das kennen, dieses Medikament Makomar. Das Makomar hatte eine Reihe von Nachteilen. Unter anderem, dass man die Wirksamkeit des Makomars regelmäßig im Blut überprüfen musste. Da gab es den Quickwert oder den INR-Wert. Und es gibt jetzt seit über zehn Jahren schon alternative Medikamente, wo man eben diese Quickwert- und INR-Wertbestimmung nicht mehr durchführen muss. Wo man einfach morgens und abends und bei Teil dieser Präparate auch sogar nur einmal am Tag eine Tablette schluckt. Und dann ist das eine ganz wichtige vorbeugende Maßnahme, wenn man ein Vorhofflimmern aufweist. Und das sind Dinge, die man typischerweise eben mit seinem Hausarzt, Internisten oder Kardiologen bespricht. Nach einem Schlaganfall, wenn man Vorhofflimmern hat, muss immer das Blut verdünnt werden. Wenn man einen Schlaganfall hatte und hat kein Vorhofflimmern, dann gibt es Medikamente wie Aspirin oder Globidokrel. Das sind Medikamente, die verhindern, dass die Blutplättchen zusammenklumpen. Das sind sogenannte Thrombozyten-Funktionshämmer, also Blutplättchen-Hämmer. Und das ist immer eine Standardtherapie, die man nach einem Schlaganfall, aber auch nach einem Herzinfarkt, auch bei einem Raucherbein einnehmen muss. Es sei denn, dass ein Vorhofflimmern vorliegt. Dann eben die anderen Blutwerte noch. Gut, dann haben wir hier die Frage, ein geplatztes Aneurysma in der Aorta, Karotis durch Clipping. Alles okay. Ja, also ich hatte eben ja erwähnt, dass wir hier ein großes Neurozentrum, Gefäßzentrum sind und eben viele Patienten auch mit Hirnaneurysmen behandeln. Hirnaneurysmen sind gefährliche Erkrankungen, wenn die platzen, weil sich das Blut eben um und in das Gehirn hinein ergießt. Und dieses geplatzte Aneurysma muss eben kurzfristig verschlossen werden. Das macht man auch entweder mit solchen Kathetern, wie Sie das eben bei der Thrombektomie gesehen haben, oder aber der Neuroschirurg muss das Aneurysma mit einem Clip versorgen. Das sind also schwerwiegende Erkrankungen. Auch hier vielleicht für Sie nochmal ganz wichtig, die Risikofaktoren für die Entwicklung eines solchen Aneurysmas sind ganz ähnlich wie beim Schlaganfall auch, vor allen Dingen das Rauchen und der hohe Blutdruck. Das heißt, wenn Sie Nichtraucher sind und wenn Ihr Blutdruck normal ist oder mit Medikamenten gesenkt wurde, dann haben Sie auch ein niedriges Risiko, dass A, ein Aneurysma entsteht und B, wenn eins da sein sollte, dass es platzt. Ja, hier kommt eine interessante Frage, Rettungswagen schon umbauen auf eine Art Stroke Unit wegen Zeitersparnis. Genau, da gibt es in Berlin ein Modell, dort fahren drei Stemos, Stroke-Einsatzmobile herum. Und das sind große Rettungswagen, die ein CT beinhalten. Und da ist es in der Tat so, dass wenn in Berlin der Notruf ergeht, Schlaganfallverdacht, dann kann dort ein solches Stemo hinfahren. Da ist ein Neurologe mit an Bord. Und dann wird der Patient direkt vor Ort in diesem Stemo, in diesem Rettungswagen mittels eines CTs untersucht. Man kann also schauen, ist eine Blutung vorhanden? Man kann schauen, ist ein Gefäß verstopft? Und wenn ein Gefäß verstopft ist, kann man direkt vor Ort schon mit der Thrombolyse beginnen. Beziehungsweise kann den Patienten unter laufender Thrombolyse, also das Medikament, was das Blutgrenzel auflöst, in die nächstgelegene Klinik fahren, wo man dann gegebenenfalls mit einem Katheter nochmal nachhilft. Was ist das Problem bei diesem Verfahren? Es ist extrem personalintensiv und teuer. Es gibt einen ähnlichen Ansatz auch im Saarland, in Homburg an der Saar und in Saarbrücken, da mehr so um die ländliche Bevölkerung zu versorgen. In Berlin ist es ja so, es gibt 16 Stockunits in Berlin und die Anfahrtzeit mit einem normalen Rettungswagen in eine von diesen 16 Stockunits, die ist in Berlin extrem kurz. Und das ist der Grund, weswegen ich glaube, dass sich das langfristig nicht durchsetzen wird, weil eben auch die Versorgung in Berlin so gut ist, dass die Vorteile sehr, sehr gering sind durch solch ein Stemo. Dann haben wir hier die nächste Frage. Können Gehirntumoren zum Schlaganfall führen? Ja, es gibt den Begriff des apoplektischen Hirntumors. Das heißt, dass in einem rasch wachsenden Hirntumor eine Blutung erfolgt und das kann dann zu einer schlagartigen Verschlechterung führen. Das ist insgesamt relativ selten. Also zu Blutungen kann es selten mal führen, aber dass ein Schlaganfall auftritt in dem Sinne, dass ein Gefäß verstopft, das ist doch eher schon sehr, sehr selten, muss man sagen. Nächste Frage, Patient ist allein zu Hause, wie gelangt die Info an die Rettungswache, da der Patient nicht sprachfähig ist? Ja, das ist in der Tat ein großes Problem. Es ist so, dass 15 Prozent der Schlaganfälle ereignen sich über Nacht. Das heißt, der Patient wacht morgens auf und hat einen Schlaganfall und hat es eben in der Nacht gar nicht gemerkt, weil die Durchblutungsstörung des Gehirns keine Schmerzen macht. Das ist also nicht wie beim Herzinfarkt so, dass der Patient aufwacht und sich an die Brust greift und heftige Brustschmerzen hat. Das Gehirn selbst hat keine Schmerzrezeptoren, verspürt also keinen Schmerz. Und deswegen ist es eben so, dass die Patienten damit aufwachen. Und es ist eben auch leider nicht so selten, dass ein Patient dann zu Hause mit einem Schlaganfall zusammenbricht. Und wenn das ein Patient ist, der alleine lebt, dann kann das sein, dass er Stunden liegt, bis er aufgefunden wird oder bis er vielleicht es ihm dann doch gelingt, ans Telefon zu geladen. Und mit der Sprache ist natürlich auch ein großes Problem. Deswegen kann man solchen Patienten, die schlaganfallgefährdet sind und die immobil sind und die alleine sind, nur raten, dass sie einen Notruf anschaffen. Weil das ist etwas, was viele Patienten dann doch noch schaffen. Die sind zwar vielleicht nicht mehr in der Lage aufzustehen und das Telefon zu erreichen, aber den Notknopf drücken können die allermeisten Patienten schon. Und das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit dann für diese Patienten. Ja, geht das hier noch weiter runter? Mal ab, ob noch weitere Fragen sind. Hier ist eine Frage, Einfluss auf spätere Schlaganfälle. Ich weiß nicht ganz genau, was damit gemeint ist, aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass sie damit meinen, dass wenn man einmal einen Schlaganfall hatte, ob das Risiko dann größer ist, nochmal später weitere Schlaganfälle zu erleiden. Nun ja, das ist leider so, wenn man einmal einen Schlaganfall hatte, dann ist das Risiko immer größer, dass das Schlaganfall, dass das nochmal ein weiterer Schlaganfall eintritt. Aber man kann das Risiko eines erneuten Schlaganfalls eben sehr gut dadurch senken, dass man die eben genannten sieben Lebensregeln einhält und eben entweder Aspirin einnimmt, wenn es ein Schlaganfall ist, der jetzt durch eine Gefäßverkalkung, aber eben nicht durch ein Vorflimmern ausgelöst wurde. Und bei Vorflimmern eben eine stärkere Blutverdünnung mit einem Makomar-ähnlichen Medikament. Gut, warten wir nochmal kurz, was da noch für eine Frage kommt. Insgesamt, das kann man vielleicht auch nochmal betonen, hat sich in der Schlaganfallbehandlung in den letzten Jahren enorm viel getan. Und ich glaube, wir haben in der Corona-Krise gelernt, dass wir in Deutschland ein extrem gutes, effizientes Gesundheitssystem haben. Wir haben extrem leistungsfähige Krankenhäuser. Das haben wir nicht nur in der Corona-Krise im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gemerkt, sondern wir haben eben auch ein sehr gutes Schlaganfallversorgungssystem. Und wir haben in Deutschland zurzeit 325 Stroke-Units, Schlaganfall-Spezialstationen, die sind über die ganze Bundesrepublik verteilt. Und natürlich gibt es strukturschwache Regionen, wo wenig Menschen liegen, wo die Fahrt zum nächsten Stroke-Unit etwas weiter ist. Aber es ist so, es ist immer besser, ein paar Kilometer weiter zu fahren, um dann in einem speziellen Zentrum zu sein und dann eben auch alle therapeutischen Möglichkeiten zu haben, als in die nächstgelegene Klinik gebracht zu werden, wo es vielleicht eben solche eine Schlaganfall-Spezialstation nicht gibt. Also dann lieber 20 Kilometer weiterfahren und dann aber von einem Team behandelt werden, was sich sehr gut mit dem Schlaganfall auskennt. Wie viele Schlaganfälle werden in Altona behandelt? Wenn man die ischemischen Schlaganfälle, also die Schlaganfälle durch ein verstopftes Gefäß, die Blutung und die Hirnaneurysme zusammennimmt, dann sind das über 1500 Schlaganfälle. Das ist also hier in Hamburg eine der größten Einheiten und ist auch bundesweit eine sehr große Struktur. Und da wir viele Patienten aus anderen Kliniken zugewiesen bekommen zu dieser Thrombektomie, also die Therapie, die ich Ihnen dort in dem Video gezeigt hatte, kommen wir auf etwa 20 Prozent der Schlaganfälle, die mittels einer solchen Thrombektomie von den Neurovalilogen behandelt werden. Und bei den Hirnaneurysmen ist es so, dass etwa 80 Prozent der Patienten heutzutage mit dem Katheter behandelt werden können und 20 Prozent vom Neuroschirurgen geklippt werden. So, hat die Einnahme von ASS, tja, und dann geht es nicht mehr weiter. Also die Einnahme von ASS führt etwa zu einer 20-prozentigen Reduktion des Schlaganfallrisikos. Und es wird intensiv nach effektiveren Methoden gesucht. Das Problem beim Schlaganfall im Gegensatz zum Herzen ist, dass es unter blutverdünnenden Medikamenten eben auch zu einer Hirnblutung kommen kann. Und wenn man Medikamente wählt, die effektiver als das Aspirin zu einer Blutverdünnung führen, dann kann man zwar auf der einen Seite neue Schlaganfälle vielleicht etwas besser behandeln und denen vorbeugen, aber wenn das Blut stärker verdünnt ist, dann ist es leider eben auch so, dass die Blutungskomplikationsrate erhöht ist. Das heißt, man beobachtet dann doch auch mehr Hirnblutungen. Und das ist immer so eine Gratwanderung, wie Sie sich vorstellen können. Und deswegen ist es so, dass es jetzt ein, zwei Hoffnungsträger gibt, die vielleicht ein bisschen besser wirksam sein könnten als Aspirin. Aber das Aspirin, was es schon seit 1893 gibt, ist zurzeit immer noch das Standardmedikament, wie gesagt, bei den Patienten, die kein Vorhofflimmern haben. Ja, ich glaube, wir können an der Stelle Schluss machen. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie auch so tolle Fragen gestellt haben und dass Sie so interessiert mit dabei waren. Und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören. Ja, ich danke Ihnen.